Man sagt ja immer, dass Deutschland der Vorreiter in Europa ist, wenn es darum geht, wahnsinnige Gesetze und irrsinnige Politik voranzutreiben und dass Österreich als quasi der kleine Bruder zeitversetzt immer schön alles nachmacht. Ich bin mir da mittlerweile gar nicht mehr so sicher, ob wir es als Österreicher überhaupt schaffen, mit den Deutschen mitzuhalten bei diesem Tempo, das man aktuell fährt in der Selbstzerstörung und dem absoluten, nicht mehr in Worte zu fassenden Wahnsinn, der da tagtäglich abgeht. Und obwohl es auch bei uns mittlerweile nicht mehr auszuhalten ist, was so im Mainstream passiert, hat sich gestern wieder einmal ganz deutlich gezeigt, dass die deutsche Politik und die deutsche Politkaste in wirklich gänzlich anderen Sphären lebt, als bei uns in Österreich unsere Polit-Elite. Denn ja, auch unsere Linken haben jeglichen Verstand verloren, aber wenn unsere Linken zuhören müssen, was so die deutschen Linken von sich geben, fallen selbst die aus allen Wolken. Saskia Esken, eine der SPD-Vorsitzenden, war nämlich gestern zu Gast bei uns im Staatsfernsehen neben ORF und hat sich interviewen lassen. Sie war davor beim 1. Mai-Aufmarsch der SPÖ in Wien dabei und hat dabei auch schon ein schlechtes Bild abgegeben. Und danach hat sie noch gemeint, sie müsste sich interviewen lassen. Wir schauen uns natürlich nicht die gesamten zwölf Minuten an. Erstens haben wir alle Besseres zu tun und zweitens, wir brauchen unsere Nerven und müssen diese schonen. Nur kurz zusammengefasst, sie hat in diesen gesamten Minuten davor nichts anderes getan, als die Ampelregierung und ihre Politik zu verteidigen und hat auch ernsthaft gemeint, die SPD wäre mit Olaf Scholz gut aufgestellt und hätte einen Kanzler- und Führungsanspruch in den kommenden Landtags- und Bundestagsverein. Ich meine, da kann man ja nur lachen. Und das wirklich Interessante ist ja, dass sie hier auf Armin Wolf gestoßen ist. Für alle deutschen Zuseher Armin Wolf ist bei uns so das Gesicht des ORFs und er ist ein bekennender Linker. Er hat auch mich zum Beispiel auf Twitter blockiert, weil ich zu viele kritische Fragen gestellt habe. Der Mann hat also, hat es wirklich faustdick hinter den Ohren, kennt keine Kritik und ist wirklich ein absoluter, waschechter Linker. Und jetzt schauen wir uns aber kurz an, wie es Saskia Esken schafft, selbst diesen eingefleischten Linken völlig aus der Fassung zu bringen. Sie sagen aber auch, die AfD darf keinesfalls regieren, auch nicht in diesen drei Bundesländern. Ist es demokratisch, eine Partei, die möglicherweise über 30 Prozent kommt und in einem Bundesland mit Abstand die stärkste Partei wäre, um jeden Preis von der Regierung fernzuhalten? Ich will Ihnen sagen, Goebbels hat von 1935 eine Rede gehalten über die Dummheit der Demokratie. Denn die habe der NSDAP damals alle Mittel an die Hand gegeben, um sie selbst abzuschaffen. Wir werden nicht bereit sein, der AfD die Mittel an die Hand zu geben. Aber vergleichen Sie jetzt die AfD mit Goebbels? Ja. Das ist eine Nazi-Partei. Finden Sie das nicht maßlos übertrieben? Nein. Wartet, wartet, wartet. Finden Sie das nicht maßlos übertrieben? Nein. Schaut euch mal dieses Gesicht an. Dieser Mann ist jemand, der noch nie einen Hehl daraus gemacht hat, dass er mit den Blauen, also vor allem in Österreich mit der FPÖ und natürlich auch mit der AfD, ein massives Problem hat. Wie gesagt, er ist ein eingefleischter Linker. Aber selbst er kann es einfach nicht fassen, wie abgespaced die deutsche Innenpolitik ist. Das kann, der kann wirklich, der können nicht mal mehr wir mithalten. Ja, ich weiß, wir versuchen es immer ganz verzeufelt, wir Österreicher. Wir versuchen immer bei jedem Schwachsinn mitzumachen, den die Deutschen vormachen. Aber selbst da ist er sprachlos und kann es nicht fassen, wie Nazi-besessen die Linken in Deutschland sind. Das sind sie auch bei uns in Österreich, ja, da ist auch immer jeder gleich ein Nazi. Aber so abartig, so krampfhaft fokussiert auf dieses Thema, ja, so besessen davon, wie in Deutschland, ist man wohl wirklich nirgends auf dieser Welt. Nirgends. Weil? Weil ganz klar das völkische Denken vergleichbar ist, die Bestrebungen, die Demokratie zu untergraben, vergleichbar ist, menschenfeindliche Haltungen gegenüber allen möglichen Gruppen in unserer Gesellschaft vorhanden sind, Ausgrenzung, Spaltung. Das sind ernsthaft die Gefahren für unsere Demokratie, die wir abzuwenden haben. Aber niemand in der AfD schlägt vor, Konzentrationslager zu bauen oder andere Parteien zu verbieten oder die Demokratie abzuschaffen. Wow, würde man sich gar nicht erwarten von einem, tja, vermuteten roten Moderator im österreichischen Staatsfunk. Aber damit hat er recht, ja, niemand in der AfD hat irgend so etwas vor und trotzdem nennt man sie Nazi-Partei. Die AfD hat ganz klar verfassungsfeindliche Bestrebungen, die darauf abzielen, unsere Demokratie zu zerstören. Natürlich, die AfD will die Demokratie zerstören und die Roten wollen die AfD abschaffen. Fragt man sich also, wer hier eher in Richtung des damaligen NS-Zeitalters geht. Ich will hier gar nichts behaupten, ich mache das nämlich nicht, irgendetwas zu relativieren von damals, aber rein von den Denkmustern her mit Parteiverboten und so muss man sich mal fragen, wer hier in Wirklichkeit eher in dieses Schema eintaucht. Das war für mich wieder einmal so ein wunderbarer Moment, der einfach gezeigt hat, dass Deutschland wirklich schon meilenweit den Vorsprung hat, wenn es darum geht, die absurdeste und wirklich, ich muss es so sagen, wie es ist, geisteskrankeste Innenpolitik der gesamten Welt zu haben. Und wir haben auch wieder einmal erfahren dürfen, wie man im österreichischen Staatsfunk live auf Sendung als SPD-Vorsitzende einfach mal so den Holocaust und die NS-Zeit verharmlosen kann. Das ist nämlich übrigens genau das, was man hier macht. Wenn man eine demokratisch legitimierte Partei wie die AfD oder die FPÖ als Nazi-Partei betitelt und sagt, das wäre NS-Ideologie, NS-Gedankengut, dann ist das per Definition Verharmlosung und übrigens, das ist strafbar. Und normalerweise müsste man eigentlich nach so einem Auftritt gegen sie ermitteln, passiert halt nur einfach nicht, weil die gesamten weisungsgebundenen Staatsanwaltschaften da halt dann auf einmal blind sind auf beiden Augen. Aber, wehe irgendjemand sagt, alles für Deutschland, dann gibt es ein Gerichtsverfahren. Ja, liebe Leute, das war es wieder für heute über Nordabsurdistan. Ich wünsche euch aus Südabsurdistan alles Liebe und alles Gute. Und ich hoffe doch sehr, dass sich unser Südabsurdistan nicht mehr so viel abschaut von Nordabsurdistan. Liebe Leute, schreibt mir doch gerne in die Kommentare, was ihr für diesen Auftritt haltet. Und ist euch das auch schon aufgefallen, dass hier der Abstand immer größer wird? Wie gesagt, früher, da waren wir ziemlich gut unterwegs, die Deutschen immer einzuholen. Aber mittlerweile, ja, der Vorsprung ist einfach zu groß. Die sind schon... Aber bitte, sehr gerne eure Meinung dazu in die Kommentare. Ich wünsche euch ansonsten wie immer alles Gute. Abonniert mich noch sehr gerne hier auf YouTube, schaut unbedingt bei Telegram vorbei. Gibt es auch einen super Text, einen neuen über den 1. Mai, was ich davon so halte. Passt ja auch ganz gut zur SPD, zur SPÖ und zu den ganzen Möchtegern-Sozialdemokraten, die in Wirklichkeit Sozialisten sind, manche auch Kommunisten. Und wir sehen uns spätestens beim nächsten Mal wieder.